Katsukomarimashita Gibts probleme? Nitshizumi BE THE PASZER-FOR Es, you say they should restart the cm2 Ich möchte, dass du Fize-Kommandantin bist, Katjusha. Ach ja? Den werde ich mich natürlich nicht wieder setzen! Da Jilin und Nishi, ihr seid bitte die anderen Fize-Kommandantinnen. Sehr gut. Seh-Shin-Sei, ich arbeite! Oberkommando hast du. Ich bin glücklich, dich folgen. Ich bitte die Beziehung. Ich bitte die Beziehung. Also, das Team von Maho Nishizumi heißt Sonnenblume, das Team von Kei-Trichterwinde und meines Löwenzahn, ist das okay? Das klingt doch gut. Und unsere Strategie? Ich glaube, das Schreien auf der Bewegung ist unsere einzige Option, als der Name sagt, sie schreien, während sie weiterentwickeln. Wir müssen ihre Reihen durchstoßen und sie infiltrieren. Wir müssen die Reihen durchstoßen und sie infiltrieren. Attacke ein einziges Tank von ihnen mit 10... Bitte bleib an der linken Flanke von Sonnenblume! Roger! Und was für uns? Löwenzahn, stürzt bitte rechts von Sonnenblume an der Planke des Bergs vor und gebt Sonnenblume Deckung! Success is truly the child of Audacity. And that Audacity is of those who act first. 1 2 3 3 5 5 5 5 5 6 5 1 Win 20 Bis zum nächsten Mal.